Okay, der erste Redner, der natürlich auch ein paar Informationen rausknarren will, ist der liebe Dennis. Ich übergebe das Mikrofon. Nicht so sehr nach vorne schauen, sonst wird er noch ganz nervös. Ich bin selber ganz nervös. Also wir tun jetzt so, als seid ihr jetzt alle nicht hier. Dankeschön. Hinsetzen! 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 Ja, ich bin der Dennis Deutschkemer, stellvertretender Bundesvorsitzender der Piratenpartei. Und da wurde auch so gesagt, ja Mensch Dennis, du hast doch schon mal vor Leuten gesprochen. Alter, nicht so viele. Kein Scheiß. Ja, ich weiß gar nicht, die, die hier vorne stehen, sehen, wie man da Hand zittert am Mikrofon. Wenn die sich hinsetzen, würde man das auch sehen! Hinsetzen! 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 Und das, was wirklich am überwältigsten ist, dass ihr hier alle seid. Also so unglaublich viele Menschen. Ich weiß nicht, diese Spontan-Demo, da wurde ja gesagt, okay komm, so 5000 Leute werden da vielleicht da sein, 10.000, wenn es hochkommt. Und es sind jetzt, was für 14.000, 15.000 Menschen, die hier sind, viele junge Menschen. Ja, nochmal einen Applaus für euch selber. Beklatscht euch mal! Ja, ein großer Dank, ich hoffe, ich halte hier nicht so sehr. Ein großer Dank geht aber auf jeden Fall noch an dieser Stelle an Julia Reda. Und die unglaublich viel Arbeit, fast so ein Menschliches im Europäischen Parlament vollbringt. Teilweise eben auch die Dokumente nach draußen liegt. Wundervolle Arbeit. Und von mir aus nochmal an dieser Stelle sehr, 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 sehr großen Dank. Vielen Dank, Julia! Ja, und jetzt rückt die Abstimmung immer näher und überall in allen großen europäischen Städten demonstrieren Menschen wie wir, junge Menschen, gegen Artikel 13, gegen die neue Urheberrechtsreform. Und dabei sind wir nicht, und das wird ja hier auch schon häufiger gesagt, wir sind nicht gegen eine Erneuerung des Urheberrechts. Denn das Urheberrecht muss unbedingt erneuert werden. Es muss angepasst werden an die neuen Medien, es muss angepasst werden an das neue Internet, das ja jetzt irgendwie auch schon seit 25 Jahren da ist. Und es muss angepasst werden an unsere Kultur, an unsere Streaming-Kultur, an unsere YouTube-Kultur, an Instagram und vieles, vieles weitere. Und an alle anderen Plattformen, die es sonst noch gibt, die mir jetzt vor Aufregung entfallen sind. Und es ist unsere Kultur. Es muss an unsere Kultur angepasst werden. Ja, stattdessen wird jedoch ein Gesetz auf den Weg gebracht, das natürlich diese ganze Kultur einschränken soll. Und wir kämpfen nicht gegen etwas, sondern wir kämpfen für unser Recht. Für unser Recht auf freie Entfaltung, für unser Recht, die Informationen freizuteilen und das Wissen freizuteilen. Und daran merkt man auch schon, dass dieses Gesetz doch sehr rückwärtsgewandt ist, gegen die Digitalisierung in diesem Land und der freie Wissensaustausch wird dadurch erheblich eingeschränkt. Also wenn ich allein überlege, was ich über YouTube gelernt habe und seit wie vielen Jahren ich quasi auch über YouTube sozialisiert werde, zunehmend jetzt auf Twitch. Und von daher, diese Informationsquellen möchte ich nicht mehr missen. Ich möchte eure Informationen nicht mehr missen. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber das Gesetz sagt ja, dass die Content-Sharing-Provider, womit ja eben YouTube, Facebook und viele andere gemeint sind, sollen die Informationen, die Videos, die Tonaufnahmen zuverlässig erkennen, ob dort urheberrechtliches Material drin ist. So, als Informatiker, der ich ja nun auch bin, kann man sagen, dass das natürlich absoluter Quatsch ist. Also alleine die Rechenleistung, die ich mir jetzt vorstelle, die die Server von den ganzen Anbietern benötigen würden, um Frame für Frame alles auseinanderzudröseln und dabei auch noch Satire und Reviews zu erkennen, ist natürlich absurd. Also ein Gesetz auf den Weg gebracht, das vorne und hinten fachlich überhaupt nicht ausgearbeitet wurde. Und das ist natürlich sehr bezeichnend. Bezeichnend ist aber auch, und jetzt nenne ich mal einfach den Namen des politischen Gegners vielleicht, ihr habt alle den Tweet der CDU gesehen, nehme ich an, ne? Wo sie uns das Internet erklären wollten. Wo sie uns erklären wollten, dass Google doch ganz zuverlässig Memes herausfiltern kann. Und was eben hier auch sehr schön ist, dass selbst die Social Media-Abteilung, das europäische, also der CDU im Europaparlament, noch nicht mal Ahnung vom Internet hat. Also was ist denn das für eine absolute Kiste? So, jetzt muss ich ja gerade mal weiter blättern. Ja, entschuldigt die Pause. Das ist, ich gebe euch Zeit, euch gegenseitig kennenzulernen. Und, ne, wir sind ja hier, wie wir vorhin hörten, eine große Familie sowieso. Also, ja, aber seit einigen Monaten gehen natürlich immer mehr, also wir hier und auch viele in anderen europäischen Ländern gehen auf die Straße. Gehen auf die Straße, aber nicht nur für ihr Recht auf freie Entfaltung im Internet, nicht nur für ein freies Netz, sondern eben auch für Fridays for Future. Gestern, glaube ich, hier gewesen, gestern war Freitag. Solidarische Grüße erst mal an dieser Stelle. Applaus Und das wirkt ja gerade irgendwie alles ein bisschen grotesk. Also, als würden viele, viele alte Leute einen Kampf gegen die Jugend führen. Und ich kriege dann immer wieder zu hören, also da ich ja eben auch sehr politisch aktiv bin, ja, das sind die Erstwähler. Die müssen jetzt ihre Hörner abstoßen, wenn die dann verstanden haben, wie diese Welt funktioniert, dann werden die schon ziemlich ruhig sein. Ja, das ist ziemlich scheiße, das von Letztwählern zu hören, ne? Und, oh, jetzt bin ich hier in Mono. Und der natürliche Feind der Konservativen, das muss man ganz ehrlich sagen, ist der Tod. Und wir... Und ich bin jetzt seit über zehn Jahren aktiv für unsere digitalen Bürgerrechte. Über zehn Jahren, ach, schon viel länger quasi, 13 Jahre. Seitdem ich 17 Jahre alt bin, Wolfgang Schäuble, weil damals die Killerspiele verbannt, vielleicht erinnern sich einiger. Bin ich aktiv, gehe auch auf die Straße. Und es zeigt sich immer, dass sich dieser ganze Quatsch immer wieder wiederholt. Und wir müssen immer, immer wieder laut sein. Und wir müssen immer wieder Gesicht zeigen. Und das ist auch vielleicht gut so. Denn wir sind die Lobby für das Internet. Und wir sind die Lobby für unsere Kultur. Und wir sind auch die Lobby für unsere Zukunft und für unsere eigene Generation. Und wir müssen etwas verändern, denn die anderen werden es nicht tun. So, und bevor meine Knie hier komplett versagen, komme ich zum Schluss. Ja, ich sehe hier, also die ganze Demo. Vielleicht, viele haben mich ja schon gesehen. Ich laufe ja auch jetzt die ganze Zeit nebenher, habe Fotos gemacht. 32 Gigabyte übrigens an der Zahl. Haben mich gesehen. Ich bin auch die Wochen vorher hier immer mitgelaufen und habe mitreden gehalten. Ich durfte ein bisschen hier was erzählen und viele junge Menschen neu kennengelernt. Viele Menschen in den Augen geblickt, dass ich gesehen habe, okay, ihr seid engagiert. Ihr bleibt. Das ist kein Phänomen. Ihr seid nicht irgendwie, ja, okay, jetzt ist die Abstimmung vorbei und dann hat es sich erledigt und danach sind wir wieder unpolitisiert. Nein. Jetzt haben wir Blut geleckt. Und jetzt erst recht. Denn die nächsten Abstimmungen nach Artikel 13, nach der Urheberrechtsreform, die warten auf uns. Sie warten auf Landesebene, die warten auf Bundesebene und sie warten auf europäischer Ebene. Und wir alle haben ein Auge darauf, was dort gemacht wird. Und wie gesagt, wir sind die Lobby für unsere Zukunft. Ja, jetzt ist bald mein letzter Satz hier quasi. Ja, wenn ihr wählen geht, und das solltet ihr alle, alle, die es dürfen. Und wenn ihr wählen geht zum Europäischen Parlament, dann macht ein Kreuz bei der Partei, wo ihr meint, dass sie am ehesten eure Interessen vertritt. Und, ähm, denn, wie gesagt, wir müssen dafür einstehen, denn die anderen werden es nicht tun. Und, äh, jetzt vielen Dank, vielen Dank wirklich an euch, ähm, weiche Knie, große Gefühle und großer Mut. Danke. Danke, Dennis, sehr schöne Worte. Äh, er hat auf jeden Fall recht, das ist, äh, was im Moment hier in Deutschland ist, ist es einfach, äh, die Jugend, die interessiert sich wieder vor Politik, und das ist wichtig, dass es jetzt so bleibt, und nicht einfach wieder abflacht, sobald die Abstimmungen vorbei sind. Wir müssen einfach für unsere Zukunft weiterkämpfen, was mega wichtig ist, sei es für, habe ich eben schon gesagt,